Hallo, ich bin Jens Feusel und komme aus Stelzendorf und habe hier in Stelzendorf den Scale Park gebaut. Der Scale Park ist für Funk ferngestellte Fahrzeuge, wie zum Beispiel dieses, werden mit einer Fernsteuerung betrieben und den Scale Park gibt es seit 2014 und wird regelmäßig erweitert. Mittlerweile sind dort zwölf Hängebrücken verbaut, ein Lift, ein Bachlauf ist zu sehen, den man durchqueren kann mit diesen Fahrzeugen, sofern sie wasserdicht sind. Und jeder der ein Modell hat in dieser Variante oder Bauform, der kann auch selbst mal diesen Park befahren. Welten kannst du dich dann bei mir, zu finden unter Scale Park Stelzendorf, bei Google oder Apps. Vielen Dank. Vielen Dank.